In zentraler Lage Basels, an der Ecke Freiestraße und Fluggästlein 1, finden wir das Coiffeurgeschäft Zülle. In der Unterzeile nennt es sich Le Coiffure, denn in der Tat finden wir hier nicht einfach einen Coiffeursalon, sondern ein ungewöhnlich kompetentes und vielseitiges Team gestandener Fachleute. Dementsprechend wird Zülle nicht nur allen modischen Wünschen von klassisch streng oder verspielt bis ultramodern und avantgardistisch gerecht, sondern auch den individuellen Bedürfnissen der Haare in Hinsicht auf Schutz und Pflege. So vielseitig und individuell wie das Team sind auch die Wünsche der Kunden, denn hier, so weiß man, gibt es für fast jedes Problem eine Lösung und geht beinahe jeder Wunsch in Erfüllung, vorausgesetzt, dass es sich um Haut und Haare handelt. In den letzten Jahren sind es immer häufiger auch die Herren, die den Spaß an aktuellen und aussagekräftigen Frisuren entdecken, wohl weil es sich inzwischen herumgesprochen hat, dass Mode nicht nur Frauensache ist. Das heißt für den engagierten Hairstylist, andere Schnitt- und Färbetechniken, andere modische Akzente und vor allem auch andere Anforderungen an die Haarpflege. Gerade darum werden männliche Kunden bei Zülle besonders intensiv und umfassend beraten, denn nur gesundes Haar kann schön sein. Die Spezialisten von Zülle sind nur zufrieden, wenn die Frisur perfekt mit dem typischen persönlichen Stil ihrer Kundinnen beziehungsweise Kunden harmoniert. Denn bei Zülle geht es um maßgeschneidertes Haardesign, ob für den Alltag oder besondere Anlässe, strenge oder lässige Frisuren, feinste Kreationen und verspielte Haarkunst. Das erfordert solides handwerkliches Können. In der Vielseitigkeit und im hohen qualitativen Anspruch liegt der Grund dafür, dass Zülle so viele Kunden seit Jahren die Treue halten und laufend neue junge Kundschaft dazukommt. Um auch ausgefallene oder komplizierte Wünsche erfüllen zu können, hat die Crew von Zülle Le Coiffure Zugriff auf ein großes Lager hochwertiger Styling und Pflegeprodukte und natürlich ein enormes Wissen über Trends, Techniken und Methoden. Dieses hohe Niveau wird laufend durch Schulungen und Fortbildungen unterstützt und erhalten. Natürlich auch, was Kosmetik und Make-up betrifft. Viele Kundinnen legen ihr komplettes Styling in die Hände von Zülle, wenn sie sich auf Feiern oder Events, auf große Feste oder Galas vorbereiten. Bis hin zur Farbberatung sind dann wirklich alle Details harmonisch aufeinander abgestimmt. Hier etwa wird ein Bob geschnitten, wie ihn unlängst der Londoner Star-Hairstylist Ben Cook wiederentdeckte und Prominente wie Victoria Beckham in die Medien und zurück in die Mode brachten. Allerdings mit wavigem Touch. Im Ganzen deutlich länger als das Vorbild aus den wilden Zwanzigern, vorn leicht fransig und mit schräg ins Gesicht modellierter Pony-Party. Die asymmetrische Linie gibt dem Haar Lebendigkeit. Frech die nach vorn ausgezogenen Spitzen. Ein starkes Team!